Lukas Engel in Münchwilen wird als Familienbetrieb geführt, wo herzliche Gastfreundlichkeit für unsere Gäste aus nah und fern gepflegt wird. Die beiden Familien Chakir sind die Gastgeber. Unser Restaurant liegt gut erreichbar und mit einer ausreichenden Anzahl Parkplätzen im Ortszentrum von Münchwilen im grünen Thurgau, direkt neben dem Bahnhof an der Hauptverkehrsachse. Sei es der eilige Gast, sei es der Stammtischkunde oder das verliebte Paar. Alle fühlen sich bei uns wohl und willkommen. Unsere täglich frisch zubereitete Angebotspalette ist breit und zu fairen Preisen. Die Gäste dürfen uns gerne auf den Zahn fühlen. Wir sind bereit für die unterschiedlichsten Wünsche. Vom eiligen Kaffeetrinken bis hin zum üppigen Bankett ist bei uns alles möglich. Verlangen Sie eine Offerte. Wir wollen ein Treffpunkt sein für die einheimische Bevölkerung, wie auch für den Gast aus nah oder fern. Unser Restaurant mit Gästezimmern befindet sich an der Pilgerroute Schwabenweg, auch Jakobsweg genannt. Tafeln Sie bei uns in modernem Ambiente mit einer reichen, jahrhundertealten Vergangenheit. In den langen Sommermonaten bewirten wir Sie gerne im lauschigen Kastaniengarten. Was gibt es Schöneres, als einen gemütlichen Sommerabend draußen im Freien mit Freunden zu verbringen? Wenn da nicht etwas Ferienstimmung aufkommt? Speziell bieten wir dort Grilladen an wie Würste, Spiersli, Steaks und allem, was das Herz begehrt. Unsere gemütliche, frisch renovierte Gaststube lädt zum Verweilen ein. Fiebern Sie mit Sportbegeisterten vor dem Grossbildschirm mit oder führen Sie in einer ruhigen Ecke wichtige Gespräche. Bei uns ist alles möglich. Unsere Hausspezialität sind Gerichte vom heißen Stein. Unsere aufmerksame Bedienung ist auch einem Grossandrang problemlos gewachsen. In unserem Gasthof verfügen wir über zwei Säli für Ihre Familienfeier, Bankett, Vereinsanlass oder Geburtstagsfest. Verlangen Sie eine Offerte für Ihr maßgeschneidertes Menü. Die liebevoll restaurierte Infrastruktur schafft ein stimmiges Ambiente für den Erfolg Ihres Anlasses. Lukas Engel. Beste Küche in bester Atmosphäre.